Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf NF Matchmap im Matchmap Krimi. Ja, ist ein bisschen was passiert. Ähm, ja, ne? Hier, wir können... Oh, wir müssen hier auch mal was produzieren. Oh, wir müssen auch mal was reinfahren, ne? Ähm... Wir haben es schnell... Hier. Abschließen. Die anderen Düngemissionen bin ich noch gar nicht angefangen. Wie lange spiele ich jetzt? Oh, zwei Stunden schon. Oh, 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 oh. Sonst ist nichts passiert, ne? Ja, 300, 2000. Ja, der ist fleißig an hin und her fahren, ne? Wo sieht man das überhaupt? Keine Ahnung. Der fährt fleißig noch kalkin und her. Ähm, das läuft. Den können wir jetzt zum Hof schicken, ne? Ich stelle auch meinen Kaltstreuer ein, ne? Aber wisst ihr, was das coole ist? Der ist am Hofsilo abladen eingestellt. Dann klappt das ja auch richtig gut, ne? Oh, du musst doch jetzt nicht toll lang fahren. Fahr hier lang. Gibt Schubrakete. Oh, komm, ich stelle dich auf die Straße. Ich kann das nicht in der Außenansicht, ey. Ich versuche es immer wieder. Ich kriege das nicht hin in der Außenansicht. Oh, jetzt fahr mal da hin. Irgendwann. Oh, der ist fleißig, ne? Aber da an der Brücke mit einer Deku senkt der immer fest. Jetzt zum Mäuse melken, ne? Ja, danach kannst du auch, glaube ich, erst mal aufhören, oder? Wie viel haben wir denn jetzt am Kalkensilo? Ich brauche Kalk, Kalk, Kalk. Achso, Stroh und Heu haben wir schon eingelagert. Wo ist Kalk? Hat einer Kalk gesehen? Ich habe es schon ein bisschen jetzt die ganze Zeit fahren lassen. Ich habe in der Zeit die ganze Zeit Ballen gewickelt. 35, ne, fahren wir noch. Ich habe die ganze Zeit hier Ballen gewickelt, ne? Die sind fleißig jetzt da hinfahren. Was ist natürlich? Svenni hat die erste Fuhre natürlich am falschen Punkt verkauft. Deswegen kommen jetzt da auch. Ist da mehr Geld, ne? 134.000, okay. Weil ich Dölz natürlich an der ersten Verkaufsstelle falsch verkauft habe. Ich habe zum Tierhandel Nord gefahren, musste zur Gärtnerei Nord, ne? Läuft. So, der kommt nachher an den Hof an. Der soll eigentlich kalken, aber der kommt auch irgendwie nicht in die Schuhe hier, ne? Ich muss noch einen Kurs sein. Oh, den können wir übernehmen. Oh, ne, jetzt ist das wieder, ey. Ich kriege einen Affen. Hey, da, nein. So, mach mal B. Hoffentlich lädst du jetzt. Premium. So, die Ballen müssen hier weg. Und dann kommen wir so langsam, aber stetisch an 10, ne? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber ich denke, da wird ordentlich was für uns überbleiben. Wir müssen nur aufpassen, ne? Das wird das auch nicht alle verschenken. Oder wir verklappern das. Ich weiß es noch nicht. Ich bin ganz ehrlich. Wichtig ist jetzt hier in Schwung und Tritt zu kommen. So, mit unserem Ballenwagen, da kriegst du ja noch ordentlich eine Rutsche mit, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Da reißt du schon was mit. Fällt Witt wohl heute nix mehr. Seitdem, wir nehmen Kredit auf. Aber, ne, das will ich ja auch alle noch nicht so, ne? Immer. Immer nur Kredit. Ist auch doof. Haben wir die noch mit. Haben wir die noch mit. Müssen eh hier nochmal hin. Und dann können wir noch mit dem Deutz. Wir nehmen die zwei dann noch mit. Dann ist der erstmal voll. Wir gehen uns wieder zur Gärtnerei Nord. Und dann würde ich sagen, du gibst Schubrakete, ne? So, der ist schon da. Hatte hier erst Probleme mit dem Verkaufspunkt, ne? Weil der Trigger hier ein bisschen anders sitzt wie sonst. Hier sitzt gar nicht so drin, ne? Und mein Ballenwagen lädt natürlich wieder super ab, ne? 76% haben wir schon. Also kriegen wir es mit dem nächsten Wagen fertig. Dann kann der hinterher eigentlich rein theoretisch zum Hof, ne? Ja, fahr da mal hin da. Voll langsam. Kommt schnell an, ne? So ist die Devise. So. Oh, du bist gerade hier, ne? So, ich glaube, wir sehen erst mal Weizen, ne? Oh, wir sind genau an der falschen Ecke. Aber wir müssen auch eben noch einen Kurs einfahren. Und was sehe ich nämlich? Oh, nein! Oh, nee, du! Immer! Kann es doch nicht sein. Oh, nein! Oh, nein! Was machst du hier? Danke. Wo bin ich denn dagegen gebrackelt? Oh, dann darf ich ja gar nicht mehr hier alles hinstellen, ne? Dann stellen wir die hier an der Seite oder so. Sveni, aufpassen! Mann, da! Nee, ich höre auch gleich auf. Wenn das so schon wieder losgeht, dass ich alles umschmeißen und hier hin und da hin, das ist kein gutes Zeichen. Dann sollte man aufhören. So, wir müssen eben Kurs einfahren. Du kannst hier stehen bleiben. Der JCB kann gleich einen Tümmerstreuer hinterkriegen, ne? Okay. Okay. Oh, ich habe jetzt natürlich nichts hinter, ne? Das ist uncool eigentlich. Ich nehme immer den falschen, ne? Hof-Silo beladen. Hof-Silo-B-Laden, ne? Und? Du kannst hier von da nach da. Von da nach da. Alles klar, das läuft. Du kriegst jetzt den Tümmerstreuer hinter. Oh, nee. Wir müssen erst mal voll machen, ne? Wir müssen den Doels gleich eben... ...sorgen, dass er anders fahren muss. Schick dran, ne? Irgendwas ist hier immer, ne? Guck mal, I. Guck mal, das läuft so, ne? Das läuft so Premium eigentlich. Den müssen wir auch nochmal wieder voll machen, ne? Ein bisschen Tollers haben wir noch. So, wo müssen wir denn noch düngen? Sag mal an. Einer, mei. Äh. Feld 47, da fällst du erst mal hin. Fahr mal Feld 47. Oh. Oh, oh. Du darfst da langfahren, wo du langfahren möchtest. Du bist fertig. Cool. Hätte ich ja doch gar nicht düngen fahren brauchen. So, dann fährst du mir jetzt... ...erst mal zum Hochsilo... ...beladen. Weil du kriegst nämlich gleich einen anderen Kurs rein. Was ist das? Feld 23? Einer, nein. Ja, nee. Feld 25. Feld 25. Erster Wegpunkt. Kein Kurs. Wir brauchen... ...hier. Viehposition muss mir noch... ...do. CP-Kurs generieren. Ich hab Rund eingestellt, ne? Dann kann das ja auch nichts werden. Neue Ordnung. Feld 25. Da muss der Kurs rein. Kurs speichern. Aktivieren, ne? Kalken. 12M. Okay, Premium. Das haben wir schon mal. Mit der Brücke kommen die AD-Kursi hier irgendwie nicht klar. Die legen sich da jedes Mal weg. So. Ich hoffe, das klappt. Oh, 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 oh. Ist gleich da, ne? Eine Rutsche kannst du... Naja, hier fahren wir noch zwei Runden, würde ich sagen. Ja, du stehst auch dumm rum. Hier fährt fleißig. Oh, 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 oh. Längsam. Was hast du für eine Kurvengeschwindigkeit drin? Unpasst. So, machen wir mal Z. Habe ich mir nämlich gedacht, dass du wieder so abladen willst, wie immer. Z. Guck mal, abgeschließt. Z. Du fährst mir noch mal zu Feld 3. Hier brauchen wir nicht mehr hin. Da brauchen wir auch nicht hin. Du machst Feld 3. Das läuft. Wir kriegen das nicht... Oh, er ist schon da. Wie viele Ballen sind das? Normal können wir die auf unserem... Ne, das wird knapp. Mach mal ruhig hier mit drauf. Ist ja egal. Wozu haben wir die Bude? Okay. 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 Vielleicht geht das auch alle hier drauf. Dann brauchen wir hier nicht wieder hin. Und wir sind reich gewesen. Ne, Feld reicht nicht. Vielleicht werden wir die Mission abschließen, aber... Dann sind wir ziemlich klamm auf der Tasche. Ne, machen wir heute nicht. 5, 6, 7, 8, 9, 10... Oh, könnte gerade hier drauf gehen, ne? Wir haben jetzt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, passt genau. Konnte ihr 10 gleich zum Hof. Süppi-Duppi-Schön. Wieder eine Mission fertig. Luf, jetzt mit dem Hof Silo abladen. Da sollst du hin. so sehen, dass wir den IAC abfangen, dass er einfach zum hoch fährt das würde ich mal sorgen, hat sich gelungen das waren jetzt 21.000 verkaufte Ballen dann nochmal das, was eben da war also die Silage-Missionen geben hier echt gut Torläs da kann ich ruhig sorgen kannst du mit was mit werden kannst du wohl so sagen, da kannst du was mit werden so, fordere mal hin wir müssen sehen, dass wir den IAC abfangen so, da haben wir warum hast du einen Warmblinger jetzt wieder mal erzählen so, dann kriegen wir von der Mission rein theoretisch noch 66.000 dann sind wir bei 210.000 wie viel kostet das Feld 210.000, müsste man doch noch wieder Kredit aufnehmen aber dann hätten wir das Feld ich weiß noch nicht, liebe Leute aber ich sag jetzt erstmal danke fürs zugucken bis hierher wenn es euch gefallen hat würde ich mich echt über ein Däumchen freuen bin ich ganz ehrlich und wenn es euch gefallen hat hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss